...Grafikfehler gefunden. Echt? Guck mal hier ran. Äh, warte. Ach da, ja. Guck mal da. Geh an die Wand und guck mal entlang der Wand. Ein Stück zurück. Ja, ich seh so einen kleinen Strich irgendwie. Der Schritt, man kann durch die Wand gucken. Ja, stimmt, ja. Ah, ist ja geil. Jetzt hätten sie die Textur nur so aneinander, wie Bausteine, ne? Genau. Das ist ja kein secret. Okay. Danke. Oh, was ist denn hier? Schön Paketenwerfer haben wir bekommen Ist leider auch nicht modifiziert Ja, sie haben viel Spaß Schön droppen tun sie. Gesundheit voll. Haben wir wieder einen Punkt bekommen? Ne ich meine dass wir nie Gesundheit brauchen. Ich habe einen Punkt bekommen. halt aber wenn man mal sieht wie groß die figur ist und wie die waffen schon krasse ja schön geil aus wie die sich da oben am himmel formatieren rüstung voll jetzt ist jones gewehr patroon ich vermute mal dass wir da irgendwann mal in die region vordringen und wahrscheinlich dann endkampf haben wir deswegen gab es Sniper mit zu oh 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 Was ist die Asmodinas Höllenengel? Was ist die Asmodinale? 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 Die Asmodinale ist auch platt Ich glaube, er hat sich in lassen. Und jetzt ist er knacken, knacken, knacken auf die Hebron. Ja, besser als morgens. Es geht um. Das ist sehr schön. Jawohl, das ist sehr gute Arbeit. Ja. Es gibt einen Test, ja. Ja. War ja gleich am Anfang irgendwie. Genau. Genau. Ja. 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 So. Ist er noch weiter runter? Nee. Schade. Ja. Ja. Hier kann man nochmal rein. Also ich bin gerade in so einem Gebäude drin, ja. Guck mal, ob ich hier oben was finde. Ah, nur Sturmgewehrpatron. Das gibt es. Ja. So Rapunzel ist das auf jeden Fall nicht. So, schöne Nebenmissionen, das ist gut. Ja, Wehrwölfe, oder? Ah ne, Vampire. Gucken, wo Prinzessin Sonnenschein ist. Das war's. Okay. Hat's nun mal voll die Viecher, ne? Ja. Zee. Zee. Das war's. die ging mir eben der echte auf wiederum pinsel das ja unser schatzi ich habe eine geschlossene Tür durchgegangen das ist doch scheiße Wie sich gefreut hat. So, jetzt haben wir einen Schlüssel bekommen, okay. So, jetzt haben wir einen Schlüssel bekommen. 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 So, jetzt haben wir einen Schlüssel bekommen.